Liebe Leute, hier ist heute Ragnar, herzlich willkommen zu Evil Genius 2 World Domination mit Prinzessin Stöckelkuh. So, ein Zwischenzimmer von Imperator zu Königin zu Prinzessin. Mal schauen, was mir noch alles für Titel einfallen. Ähm, wir bräuchten, nein, noch brauchen wir keinen Strom. Wieso haben wir denn plötzlich so viel Strom? Weil unser Labor teilweise kaputt ist. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall so ein Teil wieder. Und wir bräuchten auf jeden Fall nochmal so eine Wand. So weit, lassen wir es mal. Da hinten ist noch ein Raum, den wir noch nicht brauchen. Da könnten wir ja theoretisch auch nochmal Strom reinmachen. Ich würde aber Strom, glaube ich, lieber nach unten dann schieben. Wir haben noch unseren Superagenten hier. Äh, den werden wir jetzt als erstes Mal... Okay, wir können ihn leider nicht... Ähm, umholen. Dann verhören wir ihn einfach mal. Mal schauen, was da kommt. Oder was dann passiert. Jane kommt schon, unser Fan. Ja, dein Blümchen wird dir an der Jacke nicht viel bringen. Wir machen hier noch ein bisschen, äh, Screenshots. Jane wird dir nicht so gefallen. So, was passiert denn bei Jane? Der Bombe, äh, Dynamit war da. Das kriegt sie noch ein bisschen Prügel. Nein, nicht einmal. Okay. Äh, hat uns irgendwie gar nichts gebracht. Aber der Nachfolger steht schon bereit. Hm. Ich sehe schon, wir müssen wohl uns mal mit so einer... Mit so einer... Wir laden mal so einen Ermittler in unsere Base ein. Wir werden auf jeden Fall mal, bis alle Transporte weg sind. Dann gucken wir mal, ob wir einen Söldner irgendwo entführen können. Eine Welle von Ermittlern ist eingetroffen. Ah. Ich will diesen Intruder gefunden und kaputt. Und wir haben ja gar keine Forschung laufen. Können wir denn inzwischen... Immer noch nicht? Na gut. Holen wir uns mal noch die Eisfläche hier. Und hier... Verhören. Verhören. Wir könnten mal noch gucken, was macht denn eigentlich... Der Magnet. Keine Ahnung, wie man den jetzt... Ah, okay. Einsetzen muss. Warum geht's dann hier nicht hin? Eine Interrogation hat gelungen. Es gibt eine Möglichkeit auf der Weltstage. Nicht genug Gold, um diese Konstruktion zu erfüllen. Probieren wir es mal hier hin. Quasi so als Schutz, falls hier Leute durchkommen. Was oft genügend passiert, dass wir hier einfach noch so eine Falle haben, die dann hier vielleicht angezogen werden, direkt vor den Wachen. So hätte ich mir das zumindest mal vorgestellt. Gut, die anderen Agenten sind da. Wie viele Transportaufträge haben wir noch? Keine mehr. Gut, was haben wir hier? Ein Führer, ein Seltner. Gut, starten. Achso, wir haben hier irgendeinen anderen Plan. Na gut. Dann kaufen wir uns hier mal schnell noch runter. Da hätten wir einen. Machen wir auch gerade einen anderen Plan. Hier machen wir auch gerade einen anderen Plan. Hier machen wir keinen Plan. Dann holen wir uns den ersten neuen Berg. Wir drehen wieder ein bisschen schneller. 99 von 166. Wie viele Arbeiter haben wir denn an sich? 38. Wir haben 20 Techniker, 6 von 10 Dienern, 10 Wissenschaftler. Erhöhen wir mal die Diener auch ein bisschen. 24 und hier unten theoretisch 3 Söldner. Das sind die Wachen, die immer überlaufen. Ja, guten Tag. Was machen sie denn hier? Haben sie einen Dienstausweis? Auf der Insel eingetroffen. Your minions are in combat. Ja, man merkt, die sind Stufe 3. Uns fehlt der Stärkere. Die ein oder andere Leiche war wieder mal da. Aber ging schon. Ging schon, ging schon. 20.000 Gold. Alles in Ordnung. Geht wahrscheinlich gleich hier rein, die 20.000. Und... Da... Es ist reingegangen. Dann abgeschlossen. Da kommt der Söldner. Das müssen wir jetzt mit dir machen. Verhören. Werden wir umgehen... Umgehend... Umgehen... 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 Werden wir umgehend... Umgehen... 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 Wird natürlich auch sein, dass wieder irgendwo ein Supershoke rumläuft. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Wir können einen Söldnertrainer bauen. Werden wir umgehen tun. Machen wir mal langsam hier. Wir springen in unser Trainingslager. Und hätten gerne einen Söldnertrainer. Ei, ei, ei. Ähm, who? Wo? Söldnertrainer. Belangt nicht ganz. Hm. Eins, zwei. So ist doch gut. So ist doch schon mal gut. Dann haben wir auf jeden Fall noch, ist so ein bisschen abgetrennt, die Schussdinger. Dann haben wir auf jeden Fall noch Platz für was anderes. Und wir können ja auch einfach noch ein weiteres Training bauen. So wäre es ja nicht. Söldner. Da steht auch schon hier Schusswaffe. Keine Ahnung, was der Söldner vorgestellt hat. Hier auf schwere Waffen spezialisiert sind. Was für Standardkämpfer der gegnischen Agenten angreifen, Sicherheitseinrichtungen bedienen. Okay, wir gehen mal bei den Söldnern auf jeden Fall auch auf. Acht. Ja, so lassen wir es mal. Optional. Nichts. Konstruiere Datenbank. Konstruiere Whiteboard. Alles so ein Bullshit. Habe ich keinen Bock, dass wir dann immer noch größer und noch größer. Ich brauche nicht so viele Forschungseinrichtungen. Gut, wir hätten dann ein paar Söldner. Brauenschön. Das ist eine Karotte. Wie viel Strom? 77. Passt alles. Wir haben es ja wohl genügend Gold. Zumindest für die zwei Sachen. Die andere Falle steht auch schon. Da kommt wieder jemand. Hallo, Freunde. Irgendwo waren doch noch zwei, oder? Ich dachte, da wären noch zwei gewesen. Aber vielleicht täusche ich mich. Da kommt der Erste. Da kommt der Zweite. Sehr schön. Gleich mal. Ah. Da werden unsere... Wächter werden da aufgewertet. Das ist ja geil. Halten sich die Augen beim Schießen zu? Tatsächlich. Ja, ich würde sagen, dann können wir ja eigentlich, wenn da die Wächter quasi wegfiniert werden, gehen wir mit den Wächtern runter auf 20. Und die Söldner... Okay, irgendwas erforschen wir noch, was wir haben. Hammer. Also weniger Wächter, mehr Söldner. Wie schaut's denn hier aus? Mal kurz vorbeigucken. Wir haben drei Leute eingesperrt. Es ist noch nichts Neues da. Gut dann, wir wollen das Ergebnis hier oben abwarten. Sehr witzig gemacht, finde ich. Bin ich sehr cool gemacht. Bäm. Ausblenden. Hier haben wir unseren Söldner. Yeah. Sofi Bosu. Das ist unser erster Söldner. Task complete. So, machen wir auch noch einen Screenshot. Von allen werden Screenshots gemacht, was ich dann immer verwende. Ah, schauen wir mal. Und du hast aber aus irgendeinem Grund jetzt abgebrochen. Okay. Wir haben die ersten Söldner auf jeden Fall. Und wir können direkt die nächste Quest quasi aus. Hier haben wir Rutschboden. Machen wir mal hier. Machen wir mal hier hin. Keine Ahnung. Heute. Nein, Dekor. Wo fährt ein Kabinett? Ja, das muss hier hin. Wo kann ich das nicht bauen? Ah, das muss... Okay, das muss in den Trainingsraum rauf. Ja, das muss... Aber wir brauchen ein Trophäen-Kabinett. Ganz dringend brauchen wir das. So, mitten rein. Dann, Nebenhandlung. Abgeschlossen. Den brauchen wir für uns. Genau, solch motiviert ein Mitarbeiter kann Prinzessin Stöckekuh gut brauchen. So, was können wir hier noch machen? Gulaschkanone. Wir werden mal Dester verkaufen, Dester verkaufen und hier schon mal zwei so Gulaschkanonen reinbauen. Geht nicht ganz. Bestätigen. So, dann hier wollen wir verhören. Und wir fangen natürlich die nächste Nebenhandlung an. Nationale Quest. Nix, okay. Ähm... Share, share, share. Hier. Startehandlung. Hallo, ihr seid in meinem Superschurken-Casino. Ihr seid nicht bei Ikea oder Obi oder sowas. Ihr müsst euch nicht verstecken. Ist das eine gute Sache? Es klingt, wie die Business ist booming. Näh, näh. Aber wir können nicht zu den Agenten kommen. Mehr und mehr sind durch, bevor wir sie zu kommen kommen. Der passt halt besser auf. Aber wie schaue ich denn hier aus eigentlich? Trink mir Kaffee. Oh, die Anweisung hätte ich auch gerne mal von meinem Chef. Die Anweisung hätte ich auch wahnsinnig gerne mal. Okay. Wir haben neue... Irgendwo blinkt schon wieder irgendwas rot auf. Wir haben jetzt gar nicht was. Egal, genau. So, wir sollen einen Partylöwen auf der Weltkarte entführen. Einladung. Hochprozentige Gelegenheit. Da müssen wir uns erst aber runterkaufen. Wir auch. Dann werden wir hier gleich mal reingehen. So, starte Plan. Wie schaut's sonst aus? Kommen wir hier. Einladung, Stil. Gergen, bekämpfen Feinde. Ah. An Agent has been captured. Hier wurden wieder welche gefangen genommen. A scheme has succeeded. Auch total hoch. Ich versteh's gar nicht, wieso wir so wahnsinnig viel äh... Agro bekommen. So viele Netzwerke. Kommen wir hier. Anzahl der Touristen. A scheme has succeeded. An interrogation has succeeded. Blaue Heilige. Okay. Also ich nehme an, dann fordert die dann diese Einladung. Heißt, im Endeffekt fordern wir die heraus. So, hier haben wir zwei Gulaschkanonen. Dass die kommen und unsere Basis angreifen und wir uns quasi gegen die verteidigen. Nehme ich jetzt einfach mal an. So, wie schaut das jetzt mit der Forschung aus? Können wir? Immer noch nicht. Hat die Löwe, wurde aber in Auftrag gegeben. Da haben wir schon wieder... Die nächsten. Aber sie kommen am Schluss immer zusammen, ja? Egal wie man sie auch ablenkt. Die kommen immer irgendwie zusammen rein. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ja, unsere Wächter kommen. Nur der Söldner ist noch nicht dabei. Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Ah, beim Essen natürlich. Beim Essen natürlich. Ah, hier ist noch was. Ich wollte eigentlich gerade schauen, wie viele Söldner haben wir denn inzwischen. Vier. Ausblenden. Ich glaube, jetzt lassen wir es mal dabei mit den Fallen. Warmen wir uns das Geld lieber. Ah, Party-Löwe ist da. Ja, man sieht vor allen Dingen, dass es eine Party-Löwe ist. So laufe ich auch immer rum, wenn ich auf eine Party möchte. Da hören wir natürlich mal direkt. Ist ja logisch. Da werden wir auch noch einen Screenshot hier natürlich machen. Ich glaube, da gehen wir eher auf die Söldner oder so. Schauen wir uns mal. Schauen wir mal. Was sind wir denn hier? Da lag eine Waffe am Boden. Wurde auch aufgehoben. Die Frage ist, setzen sich jetzt eigentlich die Söldner hier auch dann mit rein? Oder was machen denn die eigentlich? Okay, Party-Löwe. Check. Ah, hier kommt er. Ja, sitzt auch hier. Er sitzt auch hier. Ich mache noch schnell zwei Verhöre rein. Dann machen wir hier noch langsam. Wir gehen rauf zum Training. Haben wir denn hier noch Neues? Ah, Waffe. Die Waffe. Aber wir wollen ja Training bauen. Wir wollen Training bauen. Oh. Okay. Jetzt brauchen wir... Nein, hier kommen wir ja noch nicht rein, glaube ich. Ja, ne. Hier könnten wir noch ein bisschen anbauen. Aber ich glaube, wir bauen einen neuen Trainingsraum. Machen wir hier mal so. Und dann können wir den Trainingsraum hier nochmal vergrößern um eins. Und dann eins, zwei, drei, vier. Und da kommen jetzt Party-Löwe. Eins, zwei. Wir stellen einen Party-Löwe. Das ist... Der wird parallel sein wahrscheinlich. Der Techniker wird ja auch nicht zum Wissenschaftler. Im Unterschlupf. Wir haben theoretisch zwei Party-Löwe. Gehen wir mal auf sechs. Ah, es werden dann Diener. Es werden aber dann Diener. Genau. Also von den Dienern zu Party-Löwe. Gut. Wir drehen wieder ein bisschen schneller. Vorwärts kommen und so. Hier haben wir noch jemanden zum Verhören. Noch keine neuen Ermittler da. Das irritiert mich immer. Manchmal kommen da so viele hintereinander. Und manchmal... Ähm... Hat man dann doch große Pausen dazwischen. Da denke ich mir jedes Mal... Okay. Jetzt habe ich wieder was übersehen. Interrogation. Success. An Agent has given us their Secrets. Ähm... Wie schaut denn das eigentlich aus? Mal langsamer hier. Kann ich jetzt hier inzwischen eigentlich runterbauen? Minus eins nicht erreichbar. Geht nicht. Na gut. Ich muss auch nicht unbedingt runter. Wäre an sich schön gewesen, aber muss auch nicht rein. So, wie schaut es hier oben aus? Kräftig gebaut. Schaut gut aus. 50.000 Konto füllt sich auch wieder. Die Hauptquest hätten wir dann auch gleich. Ähm... Beigeschalten. Oder geschafft. So, hier steht übrigens ein Söldner. Mehrer Söldner. Oh, rot. Aber die Söldner halten trotzdem schon wesentlich mehr aus. Das merkt man schon. Wir halten definitiv mehr aus. Sehr schön. Sehr witzig. An Agent has been captured. Sehr, sehr witzig. Mixtisch quasi. Haben wir wieder was zum Verhören. Berichte. Läuft. Jetzt müssen wir eigentlich nur einen einzigen trainieren. Der Diener ist auch schon oben hier. Ah, die saufen mit denen. Was ist denn da los? Was denn da los? Gut, dass wir das Böse sind. Gut, dass wir das Böse sind. Fahren wir nochmal ein bisschen langsamer. Fahren wir nochmal, weil schon wieder einige Gebiete gesperrt wurden. Über die Karte drüber. Also die gesperrten Gebiete hier, das geht schon wahnsinnig schnell, muss man sagen. Nehmen wir hier mal ein paar Arbeiter. Hier vor allen Dingen schon wieder. Also die habe ich echt jedes Mal drinnen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Aber hier. Einladung der Heilige. Gut. Geh zu den Missionen. Abgeschlossen. Die schaut echt aus wie eine reiche Touristin. Eigentlich, Boss, ich bin einer von deinen Staffeln. Na, wir selber haben ja keinen Stil und Eleganz. Mit unserem Glashelmchen. Gut, dann schauen wir in die Mission auch noch rein. In die Hauptmission. Hole die Belohnung ab. Ja, eindeutig. Eindeutig. Ja, dass du dir das nicht vorstellen kannst, das ist mir klar. Na, brauchen wir die nächsten Wissenschaftsscherken. Wir werden sie sofort schütteln. Nein, sie kommen hier frei. Kein Wissenschaftler kann eine Konferenz, Hotelbars, Lanyards. Prostituierte, wo ist mein Puff? Mei, ja, mei. Wir sollen Wissenschaftler können. Okay, okay, okay. Also, wir haben jetzt Partylöwen. Wir können hier noch irgendwas bauen. Ein Buffet. Ah, wird man hier jetzt, oh Gott, jetzt müssen wir hier auch noch verschiedene reinbauen. Ähm, nein, das war falsch. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich würde das Buffet jetzt gerne eins, zwei. So, dann bauen wir hier zwei Buffets hin. Aber wir brauchen eindeutig mal noch einen zweiten Essensraum. Ich würde ja, oh, was haben wir hier? Präsentiere Void, machen wir auch mal. Ähm. Ich würde sagen, wir bauen hier einen zweiten Essensraum rein. Da machen wir auch zwei Buffets und zwei Gulaschkanonen. Ja, brennen wir die mal so ein bisschen weg, damit man auch dazwischen durchgehen kann. So, bestätigen. Ähm, okay, wir sollen Linda Lundstrom auf der Weltkarte rekrutieren. Große Wissenschaftler im Unterschlupf hinrichten. Ei, 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 ei. Nebenhandlung. Superagent. Unterweltbosse. Ist die Frage, ob wir jetzt mal hier irgend so einen Superagenten uns vornehmen. Oder ob wir uns mal so einen Unterweltboss hier... Nee, komm, machen wir jetzt mal hier 50.000. Fliesel-Bission ab und alle. Komm, Start der Handlung. Der Sternenbannerplaner. Du musst die Freude-Hating-Mastermind haben, die ich so viele Briefungen hatte. Danke, dass du das Zeit hast. Der redet mit mir. Und du musst die Agent X sein. Der stimmt, also ich würde gerade mit den Farben bestimmt nicht auf die Straße reden. Naja, gut, jetzt ist ja Trump nicht mehr Präsident, gell. Battle? Mit welchem Zeit? Ich bin sicher, dass du sehr wichtig bist. Aber ich habe ein 5-Stars-Resort, um zu fahren. Schön, aber ich weiß die Wahrheit über dich. Und ich werde nicht stoppen, bis der Rest des Weltkarte auch. Na, okay. Störe Patriot auf der Weltkarte. Das ist unsere nächste Aufgabe. Okay, was haben wir denn hier jetzt noch? Dekor. Großer Bildschirm, 3 Bildschirme. Gehirnkapsel. Okay, wir müssen eindeutig hier noch ein bisschen was reinbauen. Hier haben wir... ...die 2 Bildschirme. Dann tun wir mal 3 Bildschirme hier rüber. Die Gehirnkapsel kommt mal dahin. Dann haben wir hier Newton-Wiege. Newton-Wiege. Und DNA-Röhrchen. Die kommen hier irgendwo... ...als Deko an in die Jugendbrunne. Bestätigen. So, und was können wir noch bauen? Im Casino. Wir können im Casino noch ein bisschen was bauen. Gegenstände. Ähm... Klavier. Wie wäre es, wenn wir ein Klavier gleich im Eingangsbereich hier so... ...den Empfangsschalter. So. Dekor. Casino-Topfpflanze. Sind die eigentlich irgendwas? Ne, ne. Ist nur Optik, ist nur Optik. Uh, Palmen. Topfpflanze. Hallo, Ivera. Kann man sich nebenbei heilen. Stätigen. Ja. Sind was zu tun? Ein bisschen was zu tun. Optional irgendwas abgeschlossen. Nein. Dann schauen wir mal noch schnell auf die Weltkarte. Was haben wir denn hier? So. Stufe 2 Netzwerk. Uh. Wow, 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 wow. Deal. Hm. Was haben wir hier? Deal einladen. Hier haben wir ein bisschen was. Nur Bares ist Bares. Das wird der Kampf gegen... Störe Patriot. Müssen wir einmal machen. Wir haben hier... ...Agron... 100. 100. Das heißt, wir können direkt hier stören. Wir sind auf 0, kostet 75. Und dann müssen wir zwangsläufig Netzwerke ausbauen. haben wir irgendwo die Möglichkeit, ähm, das wäre Patriot, einen Wissenschaftler zu klauen. Wo wir schon Netzwerkstufe 2 haben. Entscheint nicht. Ich sehe nur die zwei Sachen hier gerade. Dann bauen wir eben auch noch... Das Netzwerk auf. Eins. Warnung. Not enough power to power this build order. Hä? Warum hätten wir nicht genügend Power, bitte? Aber auch dagegen werden wir was tun. Und zwar bauen wir... neuen Strom. Erstmal nur so. Da, sollen wir gleich mal dazwischen durchgehen können. Das machen wir jetzt überall. Drei neue. Und wir brauchen hier natürlich eine Türe drin. Städte. So, viele Aufträge. Und für diese Folge war es das mit den Aufträgen auch jetzt schon wieder. Dann bin ich schon wieder bei 33 Minuten. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Scratch. Ich bin ich. Ich bin ich. Vielen Dank.